Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Agarash Rations of War. Letzte Folge haben wir den Wasserspirit besiegt, nachdem er drei von uns gerackt hat bei einer Kombi. Und ja, da wollen wir mal schauen, wie die Story jetzt weitergeht. Es gab auch ein paar Dinge, aber er hat sich in die Hand gefordert, also wir haben es gut gemacht. Also, wir werden wieder zurückgekommen. Wir werden wieder zurückgekommen. Wir werden wieder rausgekommen. Ja, das war's. Wir haben die Hand gefordert, aber wir werden nicht in die Hand gefordert. Und wie geht es weiter? Wir gehen in den Müranen, oder? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, dass es in der Welt der Welt liegt. Was ist das? Das ist sehr schrecklich. Was ist das? Es ist ein bisschen schrecklich. Das ist so, was ich. Wir sind hier mit den Kriegen. Wir haben auch nicht nach Müll. Wie ist die Kriegen der Kriegen? Wie ist das? Das ist nicht so groß. Das ist nicht so groß, was ich zu sagen. Es ist nicht so großartig. Wie geht's das? Kannst du auf den Horken gehen? Nein. Das ist nicht so großartig. Ist es nicht so großartig? Es gibt es. Wenn wir die Paraminas-Parte auf dem Norden, dann können wir die Paraminas-Parte. Da gibt es einen Weg, oder? Wenn wir mit dem Flughafen abhängen, dann gehen wir nach dem Weg. Dann gehen wir nach Auris. Wenn wir mit dem Gespräch zusammenfassen, dann kommen wir hier hin. Interessant. Wahrscheinlich ist es nur die leichteste Wave von einem gewesen. Und wir haben es relativ fix hier durchge... Also, was heißt fix? Ich muss durchschneiden. Ich habe mich zwar ein bisschen verwirrt, aber durch Randomly ausprobieren, welche Wege es sind, haben wir es geschafft. Sehr nice. Alice war nicht Level Up, oder? Nein. Alice, tut mir leid, du kannst immer noch nicht Job Change machen. Einmal kurz... Ich hoffe, es ist okay, wenn ich einmal kurz speichere. Ich habe das Problem mit meinem PC immer noch nicht rausgefunden, aber momentan verhält er sich ganz nett, wenn ich Agorasse spiele, dass er nicht crasht. Und dann wollen wir uns einfach mal schauen, was hier für ein Event stattfindet. The City of Aulis. Okay. Wie ist heutzutage das Mikro die ganze Zeit? Ich muss nicht so schmerzen, dass ich es nicht so schmerzen kann. Ich weiß, ob es nicht so schmerzen kann. Es tut mir das ganz einfach zu sagen, dass ich auch immer noch einen Versammlung des Schöten. Du hast auch einen Schöten, Niemals nicht irgendjemand, immer noch nicht. Ich würde mich nicht mehr schreien, dass ich diesen Land selbstverständlich bin. Ich werde auch nicht mehr, dass es was anderes ist. Ich würde sagen, dass ich mir die Schöten und Schöten, ab und zum Beispiel in den Handel zu liegen. Ich werde mir aber auch ein wenig Zeit hinterlassen. Wenn du mich nicht alles interessiert, wird das gut. Oh ja, lass das so. Ich bin so ein Schilder, dass ich nicht so aus dem Schilder der Schilderung habe. Ja. Ich kann mich nicht mehr über das Thema zu sagen. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe ihn mir geholfen, und ich möchte mich auf den Norden zurückkommen. Ja, wir müssen die Mürlau-Fortieren gehen. Die Mürlau-Fortieren gehen, wenn man sich nie beantworte, wenn man nicht in die Tür aufsteht, dann wird man sich zurück. Ich sage ihn mir, wenn man sich zum anderen zu verholt. Ach, die besiegen wir. Das heißt, es ist ein Wettbewerb von Gielgaseon. Das heißt, ich habe mich über den Lienbach-Ou gebetet. Wenn ich mich über den Lienbach-Ou gebetet habe, dann kann ich den Lienbach-Ou gebetet werden. Natürlich. Es ist ein Wettbewerb. 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 Es ist ein Wettbewerb, ohne dass es nicht übersichtlich gibt. Also, es ist eine Wand auf dem Luftschirmelselzig. Es ist nicht notwendig, wenn man das Fahrzeug zu fahren kann. Es ist das Wettbewerb. Es ist nicht so. Wenn man auf der Lienbach-Ou gebetet hat, es ist das Wettbewerb. Es ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb für den Lienbach-Ou. Der Kieler von last hat. Das hat sich auf Gericht. Was? Ich bedanke mich für was. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Du hast gesagt, Gantz, Sie sind in den Kiden und Gliard. Das ist das. Das ist das. Ich bedanke mich. 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 Oshoum Kom Of, Wehebens! Und ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. индseide wurden mit dem das limited. Ich bedanke mich. Dann sind es eigentlich Je upper. Aber himaixo umboterding. Ich bedanke mich selbst und sah ... Sieивают Ta und den Mischung. Alle, auf jeden Tag Everything! Aus жизни und Anuus Corbi. Das ist ganz subscribeТio. Ich weiß nicht, dass sie sich nicht so fühlen, aber ich weiß, dass sie sich nicht so fühlen. Ich will Ihnen jetzt den Schiff von Masao-Pfasar-Pfasar-Pfasar. Ich verstehe. Ich werde diesen Schiff immer wieder bespunnen. Ich bitte Sie. Ja, nicht viel. Vielleicht können wir irgendwas verstärken. Man sieht gleich schon, wie teuer die Sachen sind, aufzuwerten. Hm. Hm, 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 hm. Zum Glück muss ich das nicht alles aufwerten. Ich könnte sogar eine von den starken Sachen aufwerten. Wie nice ist das denn? Ich habe noch andere Waffen für andere Pets. Wenn ich die reinnehmen sollte, mache ich wahrscheinlich beim nächsten Gen. Wie viel würde das bringen? Das würde einfach mal so eine halbe Waffe draufsetzen. Ich würde mich gerade mal gerne fragen. Na, ich mache einfach zurück. Ich glaube, wir sparen es für Punkte. Ja, ich denke mal, das ist erstmal schlauer, erstmal abzuwarten. Maximal vielleicht Amor, weil die nicht... Ach, ich habe dem zurück, das ist genauso teuer. Zum Glück müssen wir ja nicht zwingend gerade etwas aufwerten. Nee, ich lasse mal so. Wir kommen ja gar zu zurecht momentan. Und dann, warum ist da jetzt noch ein Weg? Ach, man könnte natürlich jetzt auch da runter gehen und so. Und dann müsste man den unteren ganzen Weg da nicht laufen, ne? Man kann halt diesen Weg... Gut, den werde ich aber wahrscheinlich erstmal jetzt auch Richtung Norden begeben. Und die Kämpfer der Weg bringen. Euer Ernst? Wieso spawnt der Boss hier mitten auf dem Feld? Warum? Nice, jetzt überlebt. Awesome work. Okay, ich kann jetzt sagen, warum der Typ auf dem Feld spawnt. Weil der Typ, ähm, eine abgeschwächte Variante war. Deswegen hat sie aber den Angriff überlebt gehabt. Du hast voll gute Resistenzen. Eigentlich nice. Deswegen musst du auch ganz drück 45 werden, damit wir dich endlich auch mal klar changen können. Dann wirst du noch ein bisschen stärker. Perfekt. Überraschenderweise, ich habe nachgeguckt, was Alice Venice auch werte. Sie wird hauptsächlich stärker in physischen und Vitalität. Warum? Keine Ahnung. Palamions Lake. Hm. Ich habe das Gefühl, dass ich hier wieder so ein bisschen so... irgendein Event nicht getriggert habe. Schade. Ich habe viel verloren, da ich ja full Light bin. Und für einige Events braucht man die auch neutral oder Shadow oder... Naja... Nächster Kampf. Gut. Dann haben wir das ja auch geschafft. Das Gefühl ist halt, dass der Boss jetzt zu jede Map kommt. Ja, das ist vielleicht eine Variante. Ich kriege, wenn ich mit allen die Punkte komplett verbrauche. Dann kriege ich einen Daun. Du machst ja eh nichts anderes, als zu töten. Gerade habe ich hier den Nahkampf geschickt gehabt, aber der Gegner war tot, bevor er was machen konnte. Gut, dann würde ich mal sagen, wir beenden hier auch die Folge und erstens mal schauen, was denn das Event an. Ich werde offscreen auch die beiden Kämpfe dort machen, weil ich die XP nicht verpassen möchte. Aber das muss ich euch jetzt nicht antun. Da wird jetzt nicht sonderlich was passieren. Außer es wird irgendein super Special Gegner das War und dann schaltet das rein noch am Ende hier ran. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, ciao.